Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen draußen alle meine Abonnenten und natürlich neue Zuschauer. Ja, noch eine neue Folge, Command & Conquer Remastered. Wir machen jetzt immer ein Let's Play, eine Folge, äh, eine Mission. Haha, gut, ja, hier können wir noch nicht, dann gehen wir hier hin, obwohl die haben wir, dann haben wir die hier. Ukraine. Ja. Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. War Bialystok ein Tiberium Umschlagplatz? Hat die GDI hier nicht wieder einmal auf ungenaue Information hin vorschnell gehandelt? Sollten die Finanzmittel für die GDI jetzt gekürzt werden? War Bialystok ein Tiberium Umschlagplatz? War Bialystok. 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 Oh, oh, oh. 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 Ich weiß zwar, wie man die da reinbekommt, aber ich weiß nicht, wie man die wieder rausbekommt. Wir haben kein Radar, kein Baubarzeug. Okay. Yes, sir. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Kommen wir von hier unten und nicht an den Sammler ran. Alter. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Konstruktion fertig. Wird gebaut. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl! Recher auf! Jawohl, zahl! Konstruktion fertig. Wird gebaut. Bestätigt. Konstruktion fertig. Wer ballert hier? Aha. Ja. Brecher auf! Wir müssen erstmal wissen, wo die sind. In Ordnung. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Brecher auf! Ist das ein Panzer? Jawohl, zahl! Oh, ein Sammler! Jawohl, zahl! Oh, jetzt haben wir vier Gegner. Moment mal, meine lieben Freunde. Da müssen wir die Spielgeschwindigkeit... ...untersetzen. In Ordnung. In Ordnung. ... 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 Das ist doch gar nicht so einfach. In Ordnung! In Ordnung! Da werden erstmal kein Sammler mehr. Jawohl, zahle! Gestetigt! Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Bestätigt, brecher auf! Bestätigt, brecher auf! Jawohl, zahle! Bestätigt, brecher auf! In Ordnung! So weit kommt. Jawohl, zahle! Jawohl, zahle! Geld hat er erstmal nicht mehr. Wir müssen den Sammler wieder bauen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Träger, DMT. Da gibt es die Infanterie. Wird gebaut. Immer von jedem etwas. Jawohl, Sir. So, da greifen wir mal an und machen das mal weg hier. Wird jetzt schon langsam, das ist eine interessante Mission. Bestätigt. Die ist schon gut. Na, der wirklich hält das nicht durch. Bestätigt. Fahr durch da. Bestätigt. Einheit verloren. Jawohl, Sir. In Ordnung. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Ja, das wäre geil. Bestätigt. Die fahren natürlich auch nur so weit ran wie möglich, wie sie müssen. Oder? Hey, ich bin ja zu nah, Mann. Ich weiß ja nicht. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schmeißt Granaten hier, Dr. Toppel. Dr. Toppel. Wird ja noch gut, wenn wir das schaffen. Konstruktion fertig. Kostet ihn alles. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Schon dabei. Drei. Support, Sir. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. So. Und die Opfern wären noch. Reche auf. Oh, ja. Das ist eine Flugzeug-Plattform, oder? In Ordnung. Schon dabei. Jawohl. Konstruktion fertig. Na, schauen wir das. Das ist mit dem Zeichen der Graben. Schon dabei. Sieht sehr gut aus. In Ordnung, kein Problem. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. In Ordnung. Bau hoch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich glaube, wenn wir das hier platt haben, brauchen wir den Gegner hier nicht mehr erleben. Jawohl, Sir. Schon dabei. Mal sehen. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ja okay, warum ich das versuchbar sind weiß ich nicht mehr an. Jawohl Sir! Jawohl Sir! Jawohl Sir! Jawohl Sir! Jetzt ist da nur noch ein Gegner, jetzt fängt er an sich zu bewegen. In Ordnung! Sonst ist hier ja nichts mehr, ne? Ich glaub nicht, dass wir das hätten übernehmen sollen, ich glaub schon, dass wir das hätten platt machen sollen. Breche auf! Ist wohl Senderlösung? Ist hier oben noch was von ihm, hier oben rechts. So, wo kommt der Möcker? In Ordnung! Breche auf! Jawohl Sir! Stopfer! Hohoho! Wer kriegt jetzt erst mal? Ich glaub danach haben wir die Mission abgeschlossen. Ja? Einsatzziel erreicht! Genau! Strapion! Den schnappt er sich! Geil! Den schnappt er sich! Geil! Hal! Gott losz! Hör! Gott losz! Ich habe dich im Kopf! Un AGENDA! Ja, Gott losz! wir haben uns aber schon ein ende mehr auf deutschland so macht wieder herstellen haben wir jetzt holen haben wir noch wir haben noch 1 2 3 4 missionen also ich weiß nicht ob das denn wirklich schon die ganze gdi kampagne war das kann ich mir gar nicht vorstellen das wäre ja gar nicht so viel content also glaube ich nicht aber das werden wir sehen ich habe jetzt zwei folgen gezockt mit euch und ich werde jetzt eine neue folge kingdoms of amalur reekoning ist auch remaster zocken habe ich bock drauf alles klar meine lieben freunde sehen wir uns wenn ihr lust haben der nächsten folge bedankt mich dann wieder mal fürs zuschauen und wünsche euch immer noch einen recht schönen tag bis zum nächsten mal euer robin hood bye bye